Yo Leute, was ist denn da? Willkommen zu einem neuen Video und ich mach ganz ganz kurz und knapp Lego 2K Drive ist seit ein paar Stunden auf Steam erhältlich und auch seit 0 Uhr schon auf den Konsolen erhältlich und dieses Spiel ist Abzocke pur. Es ist schlimmer als hier Disney Speedstorm, sag ich gleich nochmal kurz was. Aber warum solltet ihr das Spiel nicht kaufen? Also erstmal kostet dieses Spiel 59,99 Euro auf Steam. Auf Konsole wahrscheinlich noch ein 10er mehr. Also Vollpreisspiel, was kriegt ihr geboten? Ihr kriegt 5 bis 8 Stunden Story-Modus, dann ist Ende. Dann könnt ihr nur noch die Multiplayer-Modus zocken. Und wie kommt ihr an neue Autos? Indem ihr entweder Echtgeld investiert bei einem 59,99 Euro Vollpreisspiel oder wenn ihr grindet. So, jetzt sagt man, ja ist doch nicht schlimm, ein bisschen grinding ist so cool. Pass auf, ich rechne euch jetzt mal vor. Wisst ihr, was ihr machen müsst? Ihr kriegt 5 von diesen Steinchen, also von dieser Währung pro gewonnenen Multiplayer-Rennen. 5. Das erste billigste Auto, DLC-Auto oder wie man das auch immer nennen will, das erste Auto, was ihr könnt, kostet 10.000 von diesen Dingern. Das heißt, ihr müsst ein, aber, und ich sag mal so, ungefähr ein Rennen dauert mit Lobby suchen, bla bla bla, 5 Minuten. So, wir rechnen das jetzt mal aus. Also, wir wollen ein Auto für 10.000 kaufen und kriegen immer 5. Bam! Das heißt, wir müssen 2.000 Rennen bestreiten. Ein Rennen dauert 5 Minuten, also wieder mal 5. Boom! Das heißt, wir müssen 10.000 Minuten, das sind also wie viele Stunden? Wir müssen 166 Stunden Multiplayer zocken und auch noch dabei jedes einzelne Rennen gewinnen, um uns ein Auto kaufen zu können. Leute, wenn das nicht abzocke und gierige Scheiße ist, weil wer will das grinden? Da gibt doch jeder natürlich das Geld aus und kauft es sich so. Also, zumindest derjenige, der Bock drauf hat. Also, das ist doch wieder die nächste Stufe, das ist krank und ich finde es gut. Ich finde es gut, dass diese Spiele endlich abbestraft werden. Das gleiche Problem hatten wir ja bei Disney Speedstorm, aber der Unterschied zu Disney Speedstorm ist, dieses Spiel kommt irgendwann Free-to-Play raus. Wer es jetzt kaufen will für 9,29,99, ist halt im Early Access, dann ist man auch schon blöd, dass man Geld bezahlt. Aber der Grind ist hier nicht so heftig und, wie gesagt, das Spiel kommt Free-to-Play raus. Wenn dieses Spiel jetzt Free-to-Play rausgekommen wäre, würde ich ja noch sagen, mein Gott, es ist kostenlos. Dann müssen wir halt 166 Stunden grinden. Aber dieses Spiel kostet 59,99 oder noch mehr für Konsole und ihr müsst trotzdem so lange grinden oder noch mal reinpainten, um ein Auto zu kaufen. Das ist krank. Ich finde es sehr, sehr gut, dass die Spiele trotzdem nicht gut gekauft werden. Normalerweise ist das so ein Spiel scheiße, das Spiel kommt kaputt raus. Trotzdem kaufen es viele, kriegt gute Bewertungen und so weiter. Leider hat dieses Spiel auch bei den Testern wieder gute Bewertungen bekommen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwas testen. Anscheinend nicht. Natürlich ist das Spiel an sich grafisch, Performance-Session ist gut, macht auch ein bisschen Spaß. Aber wie gesagt, wenn ihr 59 Euro für 5-6 Stunden Story ausgeben wollt, könnt ihr gerne machen. Dafür ist das Spiel okay. Aber es ist nicht okay für 5-6 Stunden Story-Modus, äh, 59 Euro so sein. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es gut, dass dieses Spiel jetzt schon tot ist. Normalerweise sind die Höchstzahlen immer bei Release. Und ich kann jetzt schon sagen, dieses Spiel wird nicht höher gehen. Das gleiche bei Disney finde ich auch sehr, sehr gut. Das ist ja jetzt schon länger raus. Hier, äh, steht das überhaupt? Wann ist es rausgekommen? Ich weiß gar nicht. Ah, es ist schon ein Monat oder so. Oder länger. Ja, und, äh, ja, es spielen nur noch 143. Der Peak war auch lächerlich. Und auch hier ist zwar jetzt gerade der Peak, weil es halt gerade rausgekommen ist. Vielleicht geht es noch ein bisschen hoch. Aber mehr auch nicht. Normalerweise, ich sag euch mal, Hogwarts Legacy war eine Million. Oder andere Spiele 5-10.000. Und, ne, aber das hier ist ein Witz. Das ist jetzt schon ein Flop, kann ich jetzt schon sagen. Das Game ist jetzt schon ein Flop. Habt ihr gut gemacht. Lego 2K Drive. Also 2K ist ja der, der Publ, nee, der Publisher nicht. Der Entwickler oder was auch immer. Ich kenn mich da nicht ehrlich so aus. Ist mir auch scheißegal, wie der Entwickler eigentlich heißt. Aber das haben sie immer wieder versaut. Also, Leute. Wer das Spiel kauft, ist dumm. 59 Euro Vollpreis. Ähm. Direkt zurückgegeben. Also, ich hab keinen Bock, 166 Stunden Online-Rennen zu spielen und zu gewinnen, um ein Auto zu kaufen. Haut rein.